Nein, den wollte ich picken! Ja, aber warum batzst du Anivia? Warum batzst du Anivia? Du Vollidiot! Voll der gemeine Typ. Warte, Kevin hat grad gelacht, ne? Ey! Ey! Oder Vega! Yo, yo, der Stun. Stun mal den, Max mal den Stun. Max mal den Stun. Ja, stimmt. Nein, ich weiß nicht. Oh, na gut. Oh, wow. Auf jeden Fall Stun-Maxen. E-Maxen. Auch Vega, ey. So, Leute, jetzt bekommen zu einer weiteren Runde Spandauer Ascension. Ajo. Ascension. Wir haben Bock, noch ne Runde. Falls noch wer zuschaut, hallo. Falls noch irgendwer da ist. Falls nicht, dann... Ich gehe unten hin, weil ich kann die einfach zonen mit meinem E. Wenn die da zu zweit oder so. Ich gehe topside. Ich gehe mit Kucha nach oben. Die werden eigentlich auch unten. Die ersten paar Minuten auf jeden Fall nicht viel machen. Oh Gott, da kommen einige Tipees oben. Die kommen alle nach oben. Oh, die gehen alle nach oben. Ne, ich nehme einen. Kucha, halte durch. Kucha! Da ist was hinter dir. Du holst das nicht. Hehehe. Kucha, wir machen das, ne? Oh, halte. Ich bin dann mal raus. Ja, du bist tot, würde ich sagen. Ah, nein! Bin ich in die Shyvana geflasht. Kucha, nein! Ich pull das Ding, dann haben die Spaß. Ne, die machen das einfach. Alter, wie viel der wird. Ist die AP gegangen? Ah, die ist AP. Okay, ich wundere mich schon. Okay, wir müssen auch groupen. Ich habe das Ding gepullt, der macht die richtig heiß. Der Twitch, der rasiert. Ja, ich mach die alle. Ah, ne, doch nicht. Hehehe. Hehehe. Ich komme. Warum rennst du hier dran vorbei, Kucha? Weil ich den Soda retten muss. Scheiß drauf, drei Punkte. Ja, jetzt haben wir zwei geholt. Ich komme, wir ficken die, wir ficken die. Go Poppy, go Poppy, go Poppy, go Poppy, go Poppy, go Poppy, go Poppy. Ah. Hehehe, ich Auto-Tech einfach immer nur einmal zu rappte. Hehehe. Die hat auch, Elko, da bin ja ich. Jo. Wollen wir mal bitte machen? Mitte, Mitte, Mitte. E Level 3. Ah, das ist übel schön. Da oben, die wollen das einnehmen, die wollen das einnehmen, die wollen das einnehmen. Fuck, ihr habt's geblasht. Der macht damage. Achso. Dodgen, dodgen. Der macht jetzt so viel damage, bis der tot ist, oder? Ja, das Ding, Alter, wieso? Nee, nee, ich hab grad auch schon gepullt. Unten, unten, unten. Hier ist ein Cinch. Hier ist Poppy, Vorsicht. Cinch, Cinch, Cinch. Rettet Kutcher. Yo, rettet mein Arm. Oh fuck, da kommen alle. Lasst Kutcher sterben. Ich brauche mich dagegen. Hier, der Kleine ist auf unserer Seite. Komm mal, ich komme. Oh mein Gott. Ich nehm einen gerade, ich nehm einen. Gewinn! Ich bin dabei, ich hab zwei Sekunden stand. Leute, sie haben alle. Oh, ich hab reingehäten. Oh, wenn ich jetzt Level 6, Alter. Ich hol den Melfalt. Ich krieg unten, ich krieg unten. Einfach Null Schaden. Wer kommt noch? Wo ist irgendwie Tanky? Ich komm unten. Ich komm unten. Yo, ich hab's. Udi einen Sola. Wir sind vorne. In der Mitte, in der Mitte. Können wir doch was machen? Komm, 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 komm. Schade, schade, schade. Ich hab ult, ich hab ult. Wie sollen wir die töten? Die ist nicht squishy, Alter. Die ist nicht tanky. Ja, stimmt. Aber die hat jetzt halt 1200 Leben auch noch. Mach den Cinch. Schnell. Gib mir ein Reset. Ja, Pauli, jetzt geht's ab. Poppy, Poppy, Poppy. Ich hab ult, ich hab ult. Ich hab auch ult. Go, go, go. Ah, ich kann nicht. Ich hatte keinen Stacks noch. Keine Stacks, kein Cool Damm. Nein. Rad da. Rad da, Rad da, Rad da. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, was? Ah, die Scherbe. Der ist nicht tanky, der ist nicht tanky. Aber er ist schnell. Buser. Ja, der wird doch auch schnell. Komm nicht ran. Ich komm da gleich nochmal ran. Er hat auch noch so einen Q gehabt. Ich bin auf der Überholspur, Jungs. Hallo. Der ist AP. Müsste aufpassen, ne? Nicht vergessen. Oh, ne, nicht schon wieder. Hahaha. Hier, 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 hier. Ich hab Geister, Geister. Ach du Scheiße. Ich slow ihn. Ich, ich, ich mach die Poppy, ich mach die Poppy, Jungs. Ich glaub die macht ehrlich, aber. Nein. Komm, ich komm, ich komm, ich komm zu Shyvana. Ich hab Poppy. Nice, 5 Punkte. Ich komm, für den Echo. Ah, für Gryffnlo, Alter. Für Gryffnlo, Alter. Ja, ja, aber wie ballern denn? Drei Manns dann hier, ich zwei. Aber das ist egal. Das ist alles andere. Hilfe. Ich bin dabei. Ah, jetzt hilft mir, du kleiner Klappbauter, Mann. Ich bin nur am sterben, ich bin so immobil. Absolut. Was hat denn das jetzt? Das ist einfach nur an unsere Stärke glauben. Alter, ich muss unbedingt gleich tanky werden, sonst wird das hier nix. Ja, und ich muss irgendwie irgendwas. Sonyas. Sonyas. Ja, ja, baue ich jetzt auch. Oh fuck. Aber ich wollte erst. Können wir das Ding wieder ab? Go, go. Können wir wieder mit dem Ding? Einfach knallen, einfach knallen. Oh fuck. Ich komme, ich komme, ich komme. Der hat keine Ultima. Der hat keine Ultima. Alter, ich bin so ein Opfer, man. Der Mepai, der radiert. Ratiert oder radiert? Radiert. Nice. Ich bin da? Schön rausgezogen. Das ist meiner. Das sehe ich doch hier. Die Mannmitte, die Mannmitte. Die Mannmitte. Die Splid pushen. Die Splid pushen. Die Splid pushen. Ich bin immer الدin. Ich bin vorhin, sofort. Wir werden jetzt zurückgeworfen, ne? Werden. Werden. Werd, genockt. Oh fuck, ich wurde dem Poppy W ver davon gekickt. Der ist hier komplett rot. ich komm ich komm mach den platt, mach den kalt kommen wir denn ran? komm wir an die Shyvana, Shyvana, Shyvana ich komm noch unten rechts mit dem Port LEI ALTS UP! MEINE ULT! du hast nicht meine Ult? ich hab noch, doch, aber ich hab noch cooldown 2 Sekunden ich versuch das oben rechts zu holen ich kann nicht den Malfight verhalten der kommt noch Shyvana sag mal eh nicht durch ihn poppy wallow neiiiin ich hab dich nice, nehmen Shyvana alter der Wichser kriegen alle gleich Level also egal ob von vorne ist oder nicht mann ich kann ihn noch einmal interruption ich komm wir machen den easy platt big girls don't cry jungen nice man, wir haben es wieder interruption oh hier ist ein poppy ne, sie haben es Johnny schön gedankt, Junge boah, da warst du bei deiner Stimme los schön gedankt, Junge jawoll nice ohhhhhh hat der Ult? ne, hat er nicht nochmal geultet, wie ist jetzt? echo? ach der Ding, der kann mich outplayen oh man hier, hier und hier, hier und da ich nehm hier, ich nehm hier ich nehm hier, ich nehm hier ich nehm hier, ich nehm hier hier lauf hier rein, lauf hier rein oh fuck lauf du hier rein wie soll ich denn da durchlaufen? in den E, weil du ne geile Sau bist, Junge hier, mitte, 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 mitte dumm Kopf lass die poken, lass die poken die kriegen ja echt gut ins Gesicht von jeder Seite kommen wir fucking Poppy eh, alter jo AHHHHH oh fuck die Mayfight, die Mayfight, die Mayfight what the fuck? lol der Wallhack der Wallhack JAAAAH direkt ob ich ich hab das gelegt dir mach ich den Poppy ja, Poppy, 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 Kutscher, Kutscher, Poppy, Kutscher, Poppy ja, Logo geil, ich freu mich NEIN, du Marde lass unten gehen, lass unten gehen jo, da kommt einer links unten ja, den knattern wir direkt weg was ist das? echo, den machen wir bin der bessere jo, wirst du auf den God-Buff er ist gefangen NEIN er hat dich outplayed komm mal, ich komm mal nee, er dich what? ja, du bist ja einfach weg oh no deine Mama nein, das hat richtig was ist denn das für eine Ult? jo, ich muss raus hier ja, deswegen erstmal die Backline fucking Mayfight, Alter alter wir haben alle fünf Masks ja, du warte ich ist egal, Jungs ich hab mich übel Kacke Alter ich sterbe ich sterbe ja, ich bin du sterbst nicht ich bin fucking weiger komm, komm, Sola ja, ich versuch hier schon der Skift ist inwes von dem Sing ja das geht jo, auf der Map echt, ey das ist unsichtbar wegen der Wüste, Alter ja, was will der denn? Klatsche Mitte, Mitte oh, das Ding können wir da machen? ja, ich hab Geister oder, die waren nicht zwei sind tot grad oben ist einer Johnny, wag es nicht drauf, 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 drauf okay, 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 go, go können das Easy-Doc nein, das war ja gar nicht deins doch nicht doch nicht das ist einfach inwes original komm Jungs, Mitte die wollten sie oben nehmen die wollten sie oben nehmen Aua fuck lands nein, Finish this nein alles gut Johnny die Anzeige war Eko nein, oh mein Gott, die waren geflasht weg mit dir Geht zurück, wo du herkommst. Wer hat das Ding gekriegt? Echo wieder nice. Bis daran nice. Nein, hier ist immer noch Sitcher. Alter! Du hast ein Toxic hier, ne? Komm, weh! Ehh! Bam! Alter, ich nehm das, ich nehm das. Ich seh nicht das scheiß Gift. Das sind es, ja? Ich bin fast tot, Alter, nein, bitte nicht. Achtung! Bei dir ist das auf Damage der fucking sitzt. Oh, wir ficken ihn. Jawohl. Nimmt ihn durch. Knattern! Nein, ich sterbe! Oha. Oh mein Gott. Jawohl, Sola! Da ist noch was drin. Da ist was im Busch, sag ich euch. Böse! Böse! Habt ihr's? Habt ihr's? Habt ihr's? Ja. Hier, hier. Schönes Ding, Kutschi. Danke, Handy. Ich, ich deny die hier. Oh, nice. Boom! Ich versuch die da zu deny. Ich hol das unten, ich hol das Ding hier. Ich bin hier useless, irgendwie. Endlich siehst du's. Machst du wenigstens eh? Ja! Dann geh jetzt CDR, Alter. Full CDR. 40%. Hahahaha! Der hier bringt ja gar nichts, Alter. Jo, kaum. Heft mich, Jungs. Fuck! 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 Hier, hier, hier. Hier, Schivana. Oh, ne! Ehh! Da! Jetzt knallt! Jawoll! Der, die Ult ist halt immer noch geil. Oh, fuck! Hält mir, hält mir! Alle tot! Ah, ah! Nein, das Ding in der Mitte ist morgen gleich garantiert wieder. Oh, ich bin da! Ah, fuck! Alles safe! Das Damage am Mayfight so. Drei. Aber der ist ne ganz knappe Runde, ey. Ich bin auch oben, ich bin auch oben. Ich bin auch oben, ich bin auch oben. Schwimm, das sieht echt so komplett aus. Ich hab noch nicht einfach auf den Scoreboard geguckt. Ähh, der Scoreboard. Wir haben Halbzeit. Hier ist schon mehr drin, da ist schon mehr drin. Noll! Fick doch ich! Ah, die kriegt niemand, oder? Ähh. Ich komm, die durchzuziehen. 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 Was? Ich komm, ich komm. Wir machen den, wir machen den. Ach, natürlich machen wir den. Der weckt sich hier die ganze Zeit schon so, Herr Wehr, ne? Aber... Warum baue ich über Amor? Ich komme, ich komme! Hey, help me! Heil dich! Juuu! Er hat mich engneitet. Ich komm da hin. Ah. Asse! Haben wir! My UI Ultimate! Ich dachte, ich kann dich noch retten. Achso. Mitte! Die Calls immer, Alter. Der, der am lautesten brüllt, hat recht, ey. Ich komm zu dir, Kutscher. Also wie immer. Weil wir ein Team sind. Juuu. Fuck, ey. Ich muss dann wieder sterben. Tschüss, Junge. Stirb einfach. Oh! Oh! Kutscher, bitte! Wie denn? Wie denn? So! So! Jol! Einfach... Ach, die Wichser. Ich bin einfach so ein nutzloses Stück Scheiße, Alter. Du bist der Stunbot, das passt? Ja. Hier, hier, hier. Aber es fühlt sich so nutzlos an. Ja, ich glaube, das ist aber voll gut gegen dir. Ich komme, ich komme, ich komme. Oh. Ich komme. Oh, nee! Ach, du Scheiße! Nee! Stunnen sie alle! Oder nicht! Ach, du Scheiße! Ich komme hierhin. Okay, aber jetzt war Wiesmann wieder zu sterben. Items. Fast am Start. Kutscher, ich komme den gegen... Alter, wie wissen die denn, dass ich hier bin, Alter? Kevin, Kevin! Ich komme noch unten rechts. Turn! In den Stun rein, Junge! Ey, guck, wenn du rauskommst, ballig ich nicht. Die machen Mitte, die machen Mitte. Die haben keine Chance. Alter, die rasieren wieder durch. Das können wir nicht, das können wir nicht. Das ist Verzweiflung. Verzweiflung-Snash ist das. Ich habe ihn! Ich habe ihn! Mayfalt! Der hat nix aus! Achtung, ich hau alle weg! Ich hau alle weg! Boots! Soladeintön! Nice! Hol das Ding und unten, einer! Einfach ein E in die Mitte setzen. Gewonnen! Was denkt der Eko sich? Gewonnen! Was soll denn das jetzt? Nein! Oh fuck, Mann! Oder wenn's Velga ist ziemlich OP mit dem E-Max und dann 5 CDR, Alter? Da hast du so jede 6 Sekunden das Ding. Ballert! Ja, bei mir neu. Unnormal! 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 Verkauf deine Schuhe und hol die CDR-Schuhe, Alter! Ja, ne? Jo! Ich sterb! Ich komme! Jo! Komme! Oh, scheiße! Jawohl! Ich geh nach rechts um! Nee, 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 ich geh nach rechts um! Geh nach rechts um! Hier, hier! Oh, noch 5 Sekunden! Wir können das treffen! Wir können das Ding hier! Ich sneak das Ding hier! Ich hab halt noch keine Ultimate, aber... Ja, die sehen dich halt! Achso, nee! Doch! Aha! Poppy! Oh mein Gott! Johnny, was war das denn du boosted? Alter, hast du gesoffen heute Morgen oder was? Hahahaha! Hallo, ich hab auch Gefühle! Hahahaha! Ich nehm hier unten das Teil! Ohhhh! Jetzt ist wieder Ultimate, ey! Ein Punkt vorne! Oh mein Gott, Alter! Alter! Alter, ist das deine Schwester? Lola Rodriguez! Was? Ist der Echo deine Schwester? Mitte, Mitte! Melanie Martinez? Hahahaha! Mitte! Boah, es ist genau ausgeglichen, ne? Aber wir holen das Ding! Warte! Easy, komm schon! Oh, schon der Stun! Burstet das Ding! Ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg! Wer hat's? Nein! Nein! Der Sinch hat's... Ohlala! Nein! Ich wollt grad nur Sonjas machen! Geil nach unten raus! Ich komme! Vier Punkte! Vier Punkte! Ich versuch das da umzunehmen! Ich versuch das da umzunehmen! Wir müssen den Sinch töten, bevor der Leute tötet! Jo! Der geht nach oben, Alter! Oh, ne! Ich komme auch! Warum weißt du, dass du da bist? Ja, ohne Witz! Hat man mit dem Ding irgendwie OP Vision? Alles? Nee, eigentlich wird man nur OP gesehen! Ich bin einfach Wallhack! Oh, aua! Ich bin einfach Wallhack! Was ist das? Ich hab... ok, ok, ich hab Reset! Wir kommen hier alle nach! Wir kommen hier alle nach! Ballern, ballern, ballern! Mein E ist gleich on point! Nein! Wie schnell ist der? Dreht der auf einmal um den Sack! Nimmt das Ding! Nimmt das Ding! Dabei! 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 Ich breche es einfach ab mit meinem Item! Geil! Ich hau dem selber eine rein! Ja, das mach ich! Ja, das und seinen Freunden auch unten! Ich kann nicht das Ding hier unten contesten! Ja, ihr weggehen unten so lang! Ich versuch hier abzufucken! Komm, leider! Das darf nicht unser erster loswerden in dem Game! Wir werden nie! Wir werden umgeschlagen! Oh, Poppy wird es hier umnehmen! Aber ich kann hier abfucken! Ich kann hier Sinch sneaken! Ich, ich opfer mich fürs Team, ja! Ich sneak dir Sinch! Ich komme, ich komme! Oh! Oh! Ich wollte auch, ich wollte auch Sonja essen, man! Ich bin einfach seit 10 Jahren Sonja benutzt! Oh, ballert durch, Junge! Haben die Formel schon oder was? Ne, ist es mal das Gift schon wieder! Oh, lol! Okay, wir sind jetzt alle reset! Hat Paz Poppy? Oh, du bist drin! Alter, der hat immer noch das Godding! Wie lange geht denn das? Filma? Ist das stimmt, ist das stimmt! Alter, was für Steps das Ding gibt! Ja, 100 irgendwas! Schnapp mir den jetzt! Ne, geh mal rein! Geh mal auf Sinch und dann unten links! 700, helft! 168, attack damit! Oh, ne! Oh, ne! Ich hole mir jetzt einfach das! Oh, nein! Oh, Alter! Seitdem hat er einfach 600 Tempest! Ich bin so boosted! Ich hab abgebrochen! Nein! Kutcher! Das sind wichtige drei Punkte! Ah, die kriegt er! Die kriegt er! Wie erzählst du das, Junge? Wie was? Oh, der... Der singt, ne? Aber man sieht... Nein! Poppy ult! Du hast es, du hast es, du hast es! Es war die erste Poppy ult, die ich gesehen habe, Walter! Sind wir bereit, gleich Mitte zu contesten? Ja, 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 ja! Ja, mach das! Nein! Nice! Hier, das Ding, hol das Ding! Ich mach's! Kannst du helfen! Ja, ja, ja! Vielleicht wenn das gleich Mitte kommt, ne? Jetzt keiner sind los sterben! Ja, ich bin schon jetzt schon... Dann stirb! Dann geh sterben! Jetzt! Ich muss mich opfern! Lass rein! Ja, lass rein! Hab ihn, hab ihn! Schönes Ding! Boom! Mein Uld! Will doch nur sterben! Warum krieg ich den Kill nicht, ihr Lappen? Ja, mein Schaden war auch da! Sicher, sicher! Bam, Junge! Hä, so wann spawrt denn das Ding jetzt? Nimm die Relikte! Ich komme! Da ist Shyvana! Oh, der hat richtig gefällt! Spawn die alle gleichzeitig, fast! Okay, okay! Können wir das bitte Ding nehmen? Können wir das bitte Ding nehmen? Ja, ja, ja! Wir können, wir können, wir können! Unten? Ich geh unten auch noch hin! Oh, da kommt der Zinsch! Das ist jetzt nicht von Zinsch hier, ne? Schönes Ding! Ja! What?! Nein, Kutcher! Mach dir das Ding, Kutcher! Kutcher, mit dir das Ding, da hörst du! Böst! Boah, ich bin zu dir! Jaaaa! Ich hab ihn! Nein, 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 nein! Okay! Ich geh ganz nach oben! Hier! Der Typ, ja! Der macht mich! Übel kreis! Ich mach nur ein E! Lola! Ob sie da! Sola jetzt radiert! Jawoll! Schön die Knarre! Hol das Ding, hol das Ding! Ich bin immer noch auf 1% Mann! Alter, geh doch sterben einfach, Junge! Ich kann nicht! Ich kann nicht! Ich kann nicht! Aber wir sind 20 Punkte vorne jetzt! Oh, help, 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 help! Ja, ja! Wie viel CD habe ich denn? Ich bin einmal im Kreis gelaufen! Da! Help, hier! Siwana! Da! Oh, die ist zu stark! Nein, Sola! Du nicht! Ihr müsst, ihr müsst 1v1 trainen! Okay, nice! 35! Ich hab mir schon, Max! Scheiße! Nein! Soll ich mir holen, Alter, Jungs? Ich hab mir Last Whisper, Alter! Oben, rechts! Oben, rechts und unten! Wir haben freie Punkte hier! Ich geh nach unten, ich geh nach unten! Freie Punkte! Hast du schon Last Whisper? Ja! Deckt dran, dass die fast nur AP-Damage haben, ne? Oh, der war mein... 25% Cooler Reduction! Ja, ja, richtig gut! NEIN! Die Pop-Ult! Oh, shit! Dich brech ich ab, du kleine Nutte! Brech das Ding ab! Nein! Oh, schön! Oh! Ich komm mal! Knall dich! Knall dich! Ich komm nach oben rechts! Ich schneide den Weg ab! Ich bin einfach Half-Life! Wir kommen, wir kommen, wir kommen, wir kommen! Ah, Hilfe! Hilfe! Ja, ich komm zu dir! Ich komm zu dir! Ja, ich bin Riff! Nee, ich bin nicht Riff! Aber fast! Ich brauch einen Heal-Post! Hier kommt... No, ich hab's auf Cooldown, Alter! Hier kommt Sinch! Mach ihn! Ich hab ihn, ich hab ihn! Ich hab dich safe! Ich bleib einfach bei dir! Hier, 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 hier! Und unten! Ein paar unten, zwei nach links! Drei nach unten! Kutcha, wir machen das, ne? Kutcha? Ja, die werden auf dich gehen! Aber ich, ich sollte dir echt einfach nur hinterher! Drei! Zwei! Oh, fuck my life! Oh, lass nach unten! Lass helfen! Wir kommen, wir kommen, wir kommen! Hier kommt der Squad! Fuck! Nimm das Ding oben! Wir brauchen noch... Zwölf Punkte, Jungs! Nein! Nein! Bist du mir leid! Ich komme! Ich komme! Bist du mir so leid! Ich komme! Wir sind ein Team! Bot! Ich pusch ihn rein! Oh, der ist voll OP, Alter! Oh, ich hab so wenig Leben! Wen pusht du rein? Hier oben, hier oben! Ich pusch dir halt immer mit dem Ehen den Stun rein! Ein Kill und da oben! Macht sie was! Guck! Guck! Oh, Alter, braucht er gar nicht! AAAAAAAAHHHHHH! Ich komme nach unten! Ne, ich gehe um rechts! Hol das Ding so da! Hol das Ding so da! Ich hab noch einen Stun rausgekommen! Wir haben gewonnen, ich glaube, oder? Wenn ich das kriege? Ja, wir haben gewonnen! Ja! No Hands! No Hands! So eine enge Runde! No Hands! Ich hab ihn geholt! Nice! Mein Spiel ist erst... Mein Bildschirm ist erst mal ausgegangen! Geh wieder! Mein Mikro ist abgestürzt! Alter! Das war ne weite Runde! AskSension! Mit einem spannenden Inferno! Ab nächster Folge dann wieder nochmal! Nee, dann gibt's ÖV! Vielleicht! Dann gibt's ÖV! In dem Sinn! Ciao! Wir machen! Wir machen! Wir machen! Wir machen! Wögen wir im